Hallo zusammen, ich bin Luana Rüvenacht, ich arbeite im dritten Lehrjahr aus Fachfrau Gesundheit im Psychiatriezentrum Münzigen. Ich zeige Ihnen heute einen Teil meines Arbeitsalltags. Könnt ihr mit mir mitkommen? Mein Arbeitsalltag besteht aus, dass ich mich über die Patienten informiere, die mir zugeteilt sind, sie unterstützt bei der Körperpflege, Medikamente und auch bei der Ernährung Hilfe. Ein grosser Teil meiner Arbeit ist sie bei der Tagesstruktur zu unterstützen. Für die Station erledige ich Bestellungen und Sorgen für Ordnung. Durch die Arbeit für die Psychiatrie habe ich gelernt, offene Kommunikation unter Patienten und Mitarbeitern zu pflegen. Ich habe mich auch besser kennengelernt, wo meine Grenzen sind. Man sieht auch die verschiedenen Bereiche, wie z.B. Therapie, Alters- und Neuropsychiatrie und auch eine Zugstation. Für das du hier arbeiten kannst, musst du belastungsfähig sein, empathisch auf die Leute eingehen können und Freude im Umgang mit den Menschen haben. Das wäre mein Arbeitsalltag gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, bewerbt mich doch noch heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020